Hey Matt, du musst mir einen Gefallen tun. Was soll ich machen? Sag ich bitte. Achso von euch. Musst mir ja... Seid schon. Muss doch nicht. Muss doch nur noch. Ey, das ist von uns gut zu machen. Das wird von uns sein. Was spielst du nächste Woche? Blue Eyes, Metal Foer oder Deez macht 100. Keine Ahnung. Wie spielst du Metal Foer? Ich brauche erstmal Karten. Das ist die Metal Foer. Du musst halt dann... Achso. Je nachdem was du spielst, reichen wir dann von dir aus. Also eine kann ich abgeben. Niko. Niko. 5 Cent. Niko. Je nachdem was du spielst... Lieber dich. Je nachdem was du spielst, musst du mir reinholen. Sag auf den Boden. Rente. 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 Was hast du mit der Rente gegangen? Schmeider sogar gegangen. Tepa. Schon alles. Nein. Das war echt Zeit. Sehr gut. Der hat mich wieder geguckt. 1,56. Sie haben aus der eigenen Tasche. Was ist das? Wo ist der? Scheiße, Alter. Angeblich. 2 Euro. 2 Euro. 34 Euro. 4 Euro. Achso. Da war nicht ein Gold. jährlich. Oder auch? Eine gefährliche Gefühle. Nichts, man. Zu hart, man. Weiß nicht, man. Schlecht vorbereitet? Wir machen alle Pause bis Bochum. Ja, ich und Tati, Alter. Ja, ich bin dabei, man. Dann brauchst du jetzt vielleicht für's Wochen. Hast du welche? Hey, man. Hey, ist der Blu-Hast-Deck jetzt komplett? Nein, man, du plage nicht. Oh mein Gott. Die Leute fragen schon, nach Deckbefall, Mann. Komm schon, noch keine Sorge. Habt ihr noch zwei gehabt? Ja, nicht mal eine vermehrte. Wahl der Entscheidung, kann das sein? Ja, die ist da im Ort, dann drin. Ist da drin? Naja, hab ich glaub, ich weiß. Wahl der Entscheidung. Ich hab keine Ahnung. Ja, da ist sie. Geht los. 19 Euro. Ja, das ist doch gar nicht. Ja, da ist es drin. Ja, da ist 3.499. Aber dann müssen wir sagen koreanisch, wenn man das nicht sein muss. Weiß ich doch mal. Da guckst du, damit du siehst, dass du keine Sprung zählst. Ja, 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 ich weiß nicht. Das ist scheiße. Was sollst du machen? Für deine netten Leute musst du einen Freiservice machen können. Freis, ich zeige. Das wäre geil. Wenn er sagt, es wird rückwinde, dann habe ich jeder mal mehr Zeit, dass ich es verkaufe. Da geht es ja auf jeden Dortmund. Aber du musst ja den Granat verhandeln. Die oberen Schleppocker, der unten kommt mit euch. Der Afghan hat gerade Blackwing MirrorMatch verloren. Vielleicht hat er sein Deck verloren, man spielt ja Schatten. Der Schock war so heftig. Nico, kannst du mich vergleichen? Der Schock, dass er MirrorMatch verloren hat, war so stark. Hat seine ganze Deckbox vergessen. Das ist echt traurig, man. Erstens, dass er MirrorMatch gar nicht gleich mit anderen verloren hat. Zwei Schlappen auf einmal weiter, man. Das ist zu krass. Aber da konnten sie zocken. Da hätte ich noch gewonnen, die gar nicht gezogen hätten. Sonst würde das gerne auch. Ja. Keine Sturche. Kann man Blackwing alles haben? Ja, zwei Öwewelle. Stark, Stube 4 Monster noch. Stube 4 Monster, echt heftig, man. Stube 4 Monster, Alter, man. Stube 4 Monster und Icarus tot, man. Game. Nein. Game. Hast du Würfel? Nein, ja. Game, Alter. Stufe 4 und Icarus, Mann. Ja, Icarus, nie. Für die Dings. Würfelwetzer. Zwei, Mann. Dings. Wir Würfel. Wir Würfel. Eins, Mann. Wir verdienen, Mann. Wir verdienen, Mann. Komi, Mann. Ab nach Wimini. Ab nach Wimini. Ab nach Wimini. Aber mit deinem Cousin besser, Mann. Niko hat sich jetzt falsches Selbstvertrauen angebaut. Vielleicht hätte Niko doch nicht so lange gelassen. Niko, Freitag 12 Uhr, oder? Ja. 13 Uhr. 13 Uhr, Mann. 13 Uhr? Ja. Oh mein Gott. Freitag 13 Uhr. Falls jemand mitfahren will. Niko bei Niko. Freitag 13 Uhr. Ja, aber sag deine Hände nur mal ruf, sie sich anmachen. Glaub mir. Perfekt dann. Wir sehen diesmal Niko in Action. Nicht zwei, eineinhalbfache Geschwindigkeiten. Ich finde Melody zu krass, Mann. Ich finde Melody zu krass, Mann. Ich nehme jetzt besser hier noch diesen anderen Stein, der bloß auf die Hand drückt. Ja, ja, gerne. Ja. Ja. Ich nehme jetzt eineinhalbfache, oder? Ja. 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 Die BD-Round 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mach was du zählst. Mach auf Dullahan jetzt. Mach auf Dullahan. Mach auf Dullahan. Lies, mach auf Dullahan, Lies. Sie hat doch das Feld. Es fällt. Ist das ein beeindruckendes Feld? Ein Cosmos, der schon Kastner hat. Welche? Welche? Ja. Warum? Ja. Ein Kito für die Technik. Du kommst auch nicht drüber, Mann. Du kannst nur Double Kill machen mit Dingen. Aber über Death kommst du nicht drüber, Mann. Über Death kommst du echt nicht drüber. Außer mit Dingen. Mit Playlag, Mann. Ich hab ne neue Idee für Planet Tufel jetzt mal. Ich hab's verloren. Drei Four Runners. Drei Four Runners. Und Seven Swords, Mann. Schwierig, Mann. Metal Phone mit Seven Swords. Ich spiele schon. Ich spiele schon. Doch. Wie spielt man auch noch? Drei Four Runners? Schau, was ist das, Mann. Time Out, Mann. Oh, mein Gott. Zu mir ist labern sie was wie. Aber dein PC ist ernst langsam geworden. Du machst dich sogar noch so hinter den Problemen. Ja, aber du machst so, äh, keine Ahnung. Du machst einen Zug, dann ist bestimmt schon die halbe Zeit vom Mann mit dir. Dafür hast du dich zu lange überlegt. Oh mein Gott, wie hab ich zerstört. Er kann nix machen, Mann. Zieh, Mann. Zieh. Ah, eine Minute zu spät. Du machst Siegezug. Du machst das nicht. Das ist ein Paneozoisch-Monsters. Kommt da, ey, man kommt da teilweise nicht vorbei, Mann. Natürlich kann man da alles vorbei, Mann. Das ist ja nicht runter, Mann. Ja, du musst da kaufen, Mann. Das ist ja nicht runter, Mann. Man muss Empower spielen, Mann. Nein! Empower. Oh mein Gott, jetzt kommt der K, Alter. Das war's. Das war der erste Turn. Ich hätte mehr machen können. Ich bin auch nicht überzeugt. Ich sag dir, der fickt halt. Nicht der, der da. Ich weiß nicht, gell. Der fickt halt. Weil er eine Eintritt. Und Gott, jetzt zweimal gewonnen. Er wird ein bisschen übermütig. Was für übermütig, Mann. Ich halte das Deck jetzt endlich. Übermütig. Das heißt, ich bin so aggressiv, Leute. Wie er vorhin mal aggressiv war, Mann. Ist das... Er ist so... Was? Zwei Null, zwei Null, zwei Null, was? Nicht überzeugt. Du wirfst deine Karten, Alter. Sagen, du bist echt aggressiv, hier guck. Irgendwas ist los mit dir. Die Woche war irgendwas, da war irgendwas. Zu viel Arbeit. Ist das Siegmund Freud, oder was, Mann? 100 Prozent. Ich kenn mich auch. Siegmund Freud, Mann. Schau, wie er die Leute mit Reisen los, dass der Deckel läuft, Mann. Ja, ich muss ihn schon zerstören, Mann. Das sind auch dafür eliminiert. Lass dich überzeugen. Nikos Echt ist unbiaggressiv. Wo ist eigentlich Bach? Seine Fahrer kennt das Christ. Wo ist Dibi? Keine Ahnung. Ist er nicht in Stuttgart oder Frankfurt? Nein, er ist noch nicht in Frankfurt. Für immer oder nur für heute? Keine Ahnung. Anscheinend ist Frankfurt der beste Meinung. Ist er noch im Team rum? Nein, das verlang ich mehr. Okay, ich suche jetzt den nächsten Gegner. 2-0! Ich schaue mal 2-0! Es würde gleich einen runter an den Preisen. Zoll kassiert gleich mal. Zoll kassiert gleich die Preise. Was haben Sie anzumählen Yu-Gi-Oh! Was ist der Wert 6.000 Euro? Zoll macht Endplus mit Preisen. Zoll macht Endplus mit Preisen. Zoll macht Endplus mit Preisen. Die kennt sich nicht aus. Mit Yu-Gi kannst du reinspugeln. Die kennt sich echt nicht aus. Doch, mittlerweile glaube ich schon. Weißt du was krass, wenn sie sie nicht auskennen, die googeln. Hast du 3 mal Santa Claus? Weil Kaiju ist schon ab unten. Ach so, die Japaner haben keine Kaiju. Ich hätte sie hier auch nicht. Hast du kein Santa Claus? Was? Wie Kaiju und Endphase darfst du ja nicht ziehen. Gegner davon ziehen. Ja, du musst ihn dann direkt wegbekommen. Wieso spielt man nicht diese Solar-Dingsbums da? Da gibt es doch diese Feuermonster auch, glaube ich. Keine Ahnung. Die werden schon bescheiden müssen. Echt? Interessant. Er spielt 3 mal Qubi und nur einmal Tonat und einmal Tempest, Mann. Ja, aber der ist alles tot, Mann. Pantle sei jetzt tot. Pantle ist nicht tot, Mann. Pantle ist nicht tot, Mann. Das zeige ich mittlerweile auch. Was holt er mit Joker? Nur die Dings, Mann, so. Pantle ist nicht tot, Mann. Pantle ist gebetet, Mann. Pantle ist gebetet, Mann. Pantle ist gebetet. Pantle ist tot, Mann. Komm, wir müssen uns das Spiel anschauen jetzt. Pantle ist gewinnt, Mann. Was hast du denn bei uns das Spiel anschauen? Ja, du nicht, Mann. Das war zu krass, Mann. Ja, du hast gewonnen. Ja, aber er war ein Einschicht, er hat nicht mal einen Sieg oder so. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Series Business.